Mein Arbeitgeber ist die Flex in Alkofen, ist im Bereich der Elektronikfertigung tätig. Das heißt, wir produzieren im elektronischen Artikel. Meine Aufgaben sind, meine Kollegen bei der Prozessvalidierung zu unterstützen. Da geht es darum, zu überprüfen, ob alle Anforderungen, die das System haben muss, auch erfüllt. Und im CE- und Safety-Bereich bin ich hauptsächlich Technische Redaktion. Da beschäftigen wir uns mit Risikobeurteilungen und auch Betriebsanleitungen. Ich bin zuständig für die Automatisierung. Meine Hauptaufgabe ist es, dass ich Maschinenanlagen konstruiere, sie plane, mit meinem Projektteam durchgehe und schaue, wo man Verbesserungen durchführen kann. Und dass ich zur Realisierung noch an externe Firmen weitergeben kann. Und dann ist es noch meine Schlussaufgabe, die Maschinen abzunehmen. Mein Arbeitsplatz sieht soweit sehr freundlich aus. Es ist ein Großraumbüro, es ist aber trotzdem sehr ruhig und gut gedämmt. Ich habe noch einen zweiten Teil, das ist eben das Labor. Wir nennen es das Roboterlabor. Da haben wir die ersten Versuche, falls wirklich eine Anfrage kommt, wie kann man das Produkt anfassen oder wie kann ein Roboter so weit fahren, ohne dass irgendwas passiert. Da werden die ersten Versuche durchgeführt. Das Unternehmen bietet sehr viele Mitarbeiterbenefits. Unter anderem einen hausinternen Tennisplatz, ein eigenes Betriebsrestaurant zum vergünstigten Essen und sonstige diverse Vergünstigungen, die man außerhalb von Flex auch nutzen kann. Wir haben auch immer wieder die Möglichkeit, wenn man sich in einem anderen Bereich weiterentwickeln will, Job-Rotations zu machen. Mein Gehreinweg hat angefangen mit einer Doppellehre mit Matura. Ich bin dann auch in die Produktion gekommen, wo ich eben die ersten Produkte selber angeschaut haben dürfen. Und danach bin ich gleich direkt zur Automatisierungsabteilung gekommen. Weiterbildungen werden bei der Firma Flex sehr gern gesehen und es werden auch dementsprechend Seminare und Webinare angeboten. Die Unternehmenswerte bei Flex sind Teamwork, Gemeinschaft und der Zusammenhalt. Flex ist für mich ganz klar Innovation. Wir haben hier die neuesten Produkte, die wirklich helfen. Wir können auch miteinander zusammen gut arbeiten. Mir freut es, mir macht die Arbeit sehr Spaß.